Servus, hier aus Regen zum letzten Drumherum-Tag. Heute Endspurt, nochmal alles geben wir auf den ganzen Bühnen. Wir schauen mal, was die Musiker heute noch so fabrizieren. Ansonsten vom Wetter her ist es heute nicht ganz so optimal bis jetzt, aber der kleine Nieselregen, den wir bis jetzt noch haben, deswegen Hut, der soll demnächst aufhören. Von daher passt doch, oder? Bis später.